Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. So, die Fragezeichen-Quest ist wieder da. Schauen wir mal. Mary Beth. Ja, wieso nicht? Nein. Was hast du schon gemacht? Sieg wie ein verdammt. Wie so? Schmerz und schraubt die Leute, die ich nicht brauchte. Meine, du hast schon beschäftigt. Das ist eine Art von mir. Du bist ein guter Mann, Arthur. Unternehmend, ich meine. Ich habe meine Gedanken, Mary Beth. Es ist endlich passiert. Ich... Ich fühle mich nicht in Kontrolle. Just... Bleib ruhig und mach das, was du best machst. Es scheint, dass ich in Mayhem bin. Ich bin sicher, dass ich nicht besser als Micah bin. Ja, du bist. Mach das, was du musst, und... ...stopf dich in die Probleme. Wir sehen uns. Wie fühlst du über Molly? Ich fühle mich, dass sie genau, was sie verdient hat. Das ist das, was ich finde. Guten Morgen. Guten Morgen, Arthur. So, wie schaut's eigentlich aus? Können wir noch irgendwelche Verbesserungen vornehmen, mit denen wir so gebracht haben? Na, vermutlich nicht, ne? Perfekter Vita Kadawa. Oh, ne. Okay, das muss ich mal aufschreiben. Das Fell alleine reicht nicht. Was du nicht sagst, Pearson. Was du nicht sagst. Press... Pearson, ja. Wapiti-Geweih, das haben wir schon. Wolf haben wir auch. Naja, immerhin schon vier erledigt. Puma, Ochsen... Da sind die Wildschweine, da haben wir noch kein einziges. Das ist auch erledigt. Elch-Geweih. Da fehlt noch eine Schlange. Biber und Fuchsfell. Warte-Bisom-Ratter, der hab ich ja abgehackt. Rinderhaut. Und hier noch zwei Ziegenfelle. Naja. Schlecht, schlecht. Okay. Mal schauen, was wir als nächstes tun. Biber fehlt uns ja immer noch. Ähm... Biber fehlt uns ja immer noch. Gehen wir mal hier hin. Und schauen wir, ob wir vielleicht euch erwischen. Ja. 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 schon wieder. Das ist noch immer das gleich. Sag einmal. Die kriegen den Rachen nicht voll. Ich jage euch, bis keiner mehr von euch übrig ist. Schöner Tag zum Schwimmen, ne? Ah, Morg, natürlich. Ich bin hier drin. Mann. Okay, das sind wir schon. Wir gehen ein bisschen zu Fuß weiter. Da ist doch schon einer, aber der ist nur zwei Sternen. Und da waren wir jetzt keiner mehr hier. Toll. Da schwimmt er noch. Okay, okay, wie kriegen wir denn? Wo schwimmt der hin vor allem? Das, was wir gehaltet haben, liegt noch immer dort rum, nach so langer Zeit. Kann man da nicht ein bisschen aufschrecken, dass er aus dem Wasser kommt? Ja, schwimm schön weiter. Komm schon. Ja, 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 ja. Nein! Ah, jetzt schaut er nicht mehr her, verdammt. Okay. Vorsichtig runter hier. Vorsichtig, wie gesagt. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, los. Jackpot. dass sich noch keine Raubtiere über den Heer gemacht haben da was da rumkugelt ich meine da liegt jetzt doch schon lange dran ok ähm immerhin gut dann machen wir es gleich mal auf dem ach Gott daher danke dass ich die Karte immer so scherz verschieben muss diese Konsolenports Biber erledigt ach so Mist wir können ja noch gar nichts machen damit wir brauchen ja noch was fehlt uns da noch wir brauchen nur die Bisamratte den Biber und noch irgendwas Egal Hauptsache wir haben das abgegeben und können es nicht mehr verlieren weil das geht mir eh schwer genug Hehehehe Hey Pearson Komm her da, da hast's Oh yes, I'll be able to make you something out of this. Gut. So. Und dann müssen wir hin. Die Gegend hier wieder. Schauen wir mal nicht, wie wir da einen Wildschwein kriegen oder so. Oder endlich einmal eins kriegen. Wir haben ja noch gar nichts erwischt. Also kein Perfektes zumindest. Ja. Das ist die falsche. Ja. So. Hey, 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 wo willst du eigentlich hin? Vorsicht Gut, jetzt haben wir nichts dabei, jetzt können wir da hin Solange er noch schreit, ist nicht so tragisch, habe ich gelernt Hey Hey Wo ist das los? Ja was? Hey, das ist in mir, sie sind in mir Du bist nicht gut, Freund Butcher's Crick Butcher's Crick Ja, ja, ja Aber wir kriegen nicht mal ein Navi Achtung Ist der immer so komisch drauf? Ja, ja, ja Es ist in mir. Warum sieht er mich lustig aus? Er ist nicht gut. Es ist die Schmerzen. Er hat gesagt, es ist die Schmerzen. Wer sagt, es ist die Schmerzen? Es ist die Schmerzen. Dankeschön, Herr. Dankeschön für... Es ist in mir! Mann! Oh Mann, aber ein Haufen Hippies. Ich weiß halt, der Alten... Nein, ich weiß es nicht. Was ist denn euch gefahren? Alter... So, Ratschweine. Weltschweine. Ja... Wildschweine. Mal sehen. Haben wir heute Glück. Die rennen ja immer dann welche rum, wenn man sie nicht braucht. Kuppel, Kuppel. Ups. Ja, viel hält er aber nicht aus. Berührst du nochmal und dann ist gleich los. Natürlich kein Wildschwein da. Eklat, ne? Wüß auch. Wüß auch. Oh. Oh, yes. Na los, kommen die Gängepferd. Nein. 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 Oh. Oh. verdammtes pferd beim nächsten mal jage ich so ich ja es einfach hoch ich habe die schnauze gestrichen voll von dem vieh es wird mit jedem mal mit jedem pferd das man bekommt wird schlimmer eins dummer ist das andere das ist dein problem eigentlich ein schuss und ich kill dich die honte wieso sind die leute in dieser zeit so bescheuert einmal abwaschen ich habe es auch schon wieder zu ende natürlich wieder mal kein klick gehabt mit wildschweinen weil unser pferd einfach so bescheuert ist alle wehschweine weg gut freunde das war es wieder für diesen part ich bedanke mich wieder fürs zuschauen und sage bis zunächst mal moment 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 zwei stern wir probieren es besser ist nix schauen euch ist das richtige warum kann man mit dem lasso nicht mehr erkennen welche qualität das hat das sind drei das ist ein zwei stern weil dann nimm bitte ein anderes quer mit dem auch was sehen kann das sind zwei zwei sterne das sind zwei zwei sterne ja 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 falsches gewehr du idiot alles zwei sterne nein nicht freilagen ja das ist so bescheuert aber jetzt steig du wieder von selber ab so jetzt schleich dich du behindertes Mistvieh schau was dir herkommst und zwar schnell da sind zwei andere ok schön hier bleiben in der gegend gut gut total jetzt gibt es rauf da verdammt ja das sind wir nach hinten abgehauen da sind sie zwei sterne zwei sterne ok hab dich hier geblieben naja das ist ja schon mal ein anfang dass wir zumindest mal zwei erwischt haben jetzt brauchen wir nur noch die richtigen oder das klingt das perfektes fällt trocken wieder nur gut das gibt es ja nicht so anversuch haben wir noch ja wollen wir das vielleicht irgendwo finden sind leicht aufzuscheuchen zum glück aber jetzt scheint keins mehr hier zu sein das ist abgehauen das ist wohl am besten gar nicht nach denen direkt zu suchen einfach da durch zu rennen wenn man es hört lass so her und fangen schlange ne doch nicht das ist keine schlange ja wo rennst du jetzt hin du blödes pferd du rennst genau auf ihn zu das ist keine pistolen munition mehr ja natürlich schlecht okay na schön freunde das war es jetzt aber wirklich für diesen part ich bedanke mich wieder fürs zuschauen und sage bis zum nächsten mal ciao 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 ciao